München, Heidi Klum, 51, gewährt ihren Instagram-Fans bekanntlich bereitwillig den ein oder anderen Blick in ihr Privatleben. Jüngst teilte das Model sogar einen Schnappschuss aus dem Bett mit seinen Fans, dort hatte es sich Heidi allerdings nicht an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz, 35, gemütlich gemacht. Auch bei Supermodel Heidi Klum sehen die Samstagabende nicht immer glamourös aus. Das bewies die vierfache Mutter an diesem Wochenende anschaulich anhand eines neuen Instagram-Beitrags, den sie mit ihren mehr als 12 Millionen Fans geteilt hatte. Auf dem Schnappschuss hatte die 51-Jährige ihre Community nämlich nicht vom roten Teppich aus gegrüßt, sondern aus einem kuscheligen Hotelbett. Darin lag das im Schlabberlook gekleidete Model allerdings nicht allein, sondern hatte sich zusammen mit Mama Erna, ebenfalls im Pyjama, in die Laken gekuschelt, während die beiden sich einige asiatische Häppchen schmecken ließen. Im Gesicht trugen beide Frauen zudem eine Gesichtsmaske, die beim Klumschern-Mädelsabend offensichtlich nicht fehlen durfte. Heidi Klum genießt die Zeit mit Mama Erna in vollen Zügen Heidi, die zusammen mit Ehemann Tom und ihren vier Kindern im Nobelviertel Bel-Air in Los Angeles lebt, war schon vor einigen Tagen nach Deutschland gereist, eigenen Angaben zufolge auch wegen Dreharbeiten für die neueste Staffel von Germany's Next Topmodel. So hatte sich das Model bereits Anfang dieser Woche an der Seite ihrer Mutti gezeigt, die sie nach eigenen Angaben vom Flughafen abgeholt hatte. Die beiden lächelten auf dem Bild glücklich in die Kamera. Trotz Heidis beruflichen Verpflichtungen scheint das Mutter-Tochter-Gespann die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen, wie die neuesten Aufnahmen bewiesen. Gutes Essen im Bett und Quality Time mit den Liebsten, das Leben könnte durchaus schlechter sein. Bis dann!